Hi, herzlich willkommen zu diesem wundervollen Video zu Graphene OS. Graphene OS ist das wahrscheinlich sicherste und privateste Android-Betriebssystem, was man aktuell auf gängigen Smartphones haben kann, ohne dass man komplett alles aufgibt, was Lebensqualität ist. Denn Smartphones sind heutzutage einfach nicht mehr wegzudenken und das ist auch völlig verständlich. Graphene versucht hier Android zu erweitern. Es war übrigens auch bekannt unter dem Namen Android Hardening, also quasi Verstärkung, Sicherheitsverstärkung und Privatsphäre Verstärkung von Android. Und genau das ist eigentlich der Sinn von diesem Betriebssystem. Man macht es sozusagen auf ein Android-Handy drauf und dann hat man eine alternative Betriebssystem-Variante. Das normale Android gibt es danach nicht mehr. So, jetzt hier ein kleiner Disclaimer von weg. Nein, das ist kein Sponsoring oder sowas, sondern wenn ihr Graphene auf euer Handy drauf macht, dann ist alles weg, was ihr davor drauf hattet, okay? Das bedeutet, wenn ihr ein Handy habt, das ihr mit Graphene bespielen wollt, dann bitte eins, das ihr nie wieder braucht, weil eure Daten, wie gesagt, verloren gehen. Okay, kommen wir ganz kurz zu Graphene, bevor wir zur Installation kommen. Was sind denn da eigentlich alles für Features dabei? Kleiner Einwurf hier noch, bevor wir richtig anfangen. Und zwar, wir müssen noch ganz kurz klären, auf welchen Handys könnt ihr das Ding eigentlich installieren? Und das geht nicht auf jedem Android-Handy, weil die einfach sehr, sehr unterschiedlich sind. Die haben verschiedene Hardware-Dinger, die Hersteller erlauben es euch teilweise nicht. Was ihr hierfür braucht, ist tatsächlich ein Google Pixel-Handy. Das heißt, Google Pixel 3, 3a, 4a, 4a und so weiter. 5 geht auch und auf den wird Graphene OS getestet und dann kann man es darauf natürlich auch installieren. Problem ist natürlich, wenn ihr was anderes habt, ihr könnt es probieren. Aber es kann Probleme geben, es kann fehlschlagen. Das heißt, ihr könnt es probieren. Ich habe schon Systeme gesehen, die kein Google Pixel waren, auf denen Graphene gelaufen ist. Aber es kann halt sein, dass es dann am Ende nicht funktioniert. Also, wenn ihr wirklich eins haben wollt, was quasi auf jeden Fall funktioniert, holt euch ein Google Pixel und dann könnt ihr das damit machen. Und nein, auch kein Sponsoring hier. Ihr werft quasi Google von ihrem eigenen Handy runter. Also, was soll das Sponsoring sein? Okay, also wir haben hier sowas wie Hardened App Runtime. Das heißt, die Laufzeit der Apps ist begrenzt. Man hat für alle Apps eine Sandbox erstellt und die ist besonders stark. Man hat die Libc verändert, man hat Sachen im Kernel sozusagen gemacht. Das heißt, was Graphene OS eigentlich ist, ist eine Variante von Android. Der Teil von Android, Teile von Android sind ja Open Source. Und Graphene hat sich quasi diese Open Source Teile von Android genommen, die man haben kann. Und hat die anderen Sachen, die nicht Open Source sind, die Google-Dienste sozusagen rausgeschmissen. Hat dann den Teil von Android nochmal verbessert. Und hat dann gesagt, okay, und das packen wir jetzt alles unter Open Source Lizenz. Also, ihr könnt von Graphene euch den kompletten Source Code angucken. Und sie haben quasi versprochen, dass man nie irgendwas ohne Open Source da reinbringen wird ins Betriebssystem. Ihr könnt Apps installieren, die nicht Open Source sind. Dazu komme ich aber noch. Das ist gar nicht so ohne. Und ja, wenn wir hier das Ganze uns durchlesen, also Compiler Tool Chain, Hardened Kernel. Ihr könnt euch das Ganze sehr, sehr gerne ein bisschen genauer durchlesen. Verified Boot zum Beispiel ist auch da. Und File System ist gehardened, also quasi sicherer gemacht worden. Und ihr könnt euch die ganzen Features wirklich komplett durchlesen. Die sind schon sehr, sehr gut. Das ist auch eine sehr, sehr lange Feature-Liste. Das ist alles, oder das sind wirklich alles Security-Features. Also tatsächlich nichts irgendwie, hey, das kann plötzlich meinen Fingerabdruck einfacher lesen oder sowas. Sondern es sind wirklich Security-Features, die euer System, euer Android-System schwerer zu knacken machen. Weil man, selbst wenn man Zugriff hat auf euer System, nicht so leicht da reinkommen kann. Selbst wenn man zum Beispiel eine App installiert, die vielleicht bösartig ist. Was übrigens auch schwer ist. Und der Punkt hinten dran ist natürlich, es gibt auch keine vorinstallierten Apps. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Denn wenn ihr vorinstallierte Apps habt, laufen die zum Beispiel bei Samsung etc. mit erhöhten Rechten. Das heißt, die haben mehr Rechte, können mehr machen, als jetzt normale Apps aus dem Play Store das zum Beispiel können. Und können dadurch natürlich auch nach Hause funken. Können dadurch Sicherheitseinstellungen umgehen und so weiter und so fort. Und das möchte man hier eben vermeiden. Es gibt quasi keine Ausnahme-Apps. Und das ist halt generell schon mal ein wichtiges Sicherheitsfeature überhaupt. So, jetzt schauen wir uns mal an, was gibt es eigentlich alles für Apps. Hauptsächlich werdet ihr wahrscheinlich F-Droid verwenden. Es gibt nämlich kein Google Play Store. Denn Google Services sollen ja nicht da sein. Das heißt, der F-Droid ist eine APK, die ihr installieren könnt. Und die kriegt ihr natürlich von der offiziellen Seite im besten Fall. Und das ist wie der App Store. Nur eben, sagen wir, ein Store, der Grafino-S würdig ist. Und trotzdem, das ist das große Problem, viele Apps gibt es hier halt natürlich nicht. Weil viele Apps natürlich auch zu Google Play Services greifen. Weil man das einfach machen muss, wenn man Android irgendwie entwickelt. Da ist halt schon so viel drin. Und trotzdem, hier gibt es Free- und Open-Source-Software. Sehr, sehr viel davon. Zum Beispiel Element. Also den Messenger-Element. Den kann man über F-Droid installieren. Das sehen wir hier. Wunderbar machbar. Und wir sehen hier auch, man kann sich bei Matrix einloggen. Und dann natürlich auch die ganzen Sachen da verwenden. Also ich kann quasi ganz normal chatten. Sachen wie zum Beispiel Telegram finden wir als veränderte Variante. Also das ist Telegram FOSS. Das ist die, also FOSS steht für Free- und Open-Source. Das ist die Variante dazu. Und hier sehen wir auch immer dabei, was ein Anti-Feature ist. This App has features you may not like. Und in dem Fall non-free network services. Und die Upstream-Source-Code ist not entirely free. Das heißt, der Source-Code ist nicht komplett öffentlich. Und das ist natürlich das Problem, was wir hier haben. Was wir gar nicht finden, ist Signal. Signal ist nämlich hier nicht im F-Droid-Store. Das müsste man sich jetzt woanders her besorgen. Und ihr könnt das auch tatsächlich machen. Und das sehen wir hier. Also wenn ihr hier auf Herunterlagen geht bei Signal.org, dann kriegt ihr hier die Variante für Android. Und dann bekommt ihr teilweise natürlich dahin, wo ihr nicht kommen wollt. Nämlich zu den Google Play Store Sachen. Na, mach's auf. Und dann seht ihr, das wollt ihr eigentlich nicht. Deswegen sucht ihr eigentlich immer nach der APK direkt. Das heißt, ihr wollt gar nicht den Google Play Store Link. Sondern ihr wollt direkt die APK haben. Also wenn ihr nach Signal APK, das ist quasi das Android-Package, runterladet, dann könnt ihr euch das hier downloaden. Und dann könnt ihr das auch bei euch auf eurem Graphene OS versuchen zu installieren. Das ist jetzt wie gesagt generell ein, ihr könnt alles probieren. Die Sachen aus dem F-Droid-Store, die laufen wahrscheinlich. Die Sachen, die ihr als APK runterladet, bedenkt immer, dass die eigentlich für ein anderes Betriebssystem, nämlich Android gemacht wurden. Und dass ihr eigentlich kein Android habt. Ihr habt Graphene OS, wenn ihr das macht. Ein weiterer Store, den man sich runterladen könnte, wäre der Aurora Store. Wobei ich den tatsächlich noch nie benutzt habe. Ich benutze eigentlich meistens F-Droid. Und ja, hier kann man eigentlich alles zumindest bekommen, was man für den alltäglichen Bedarf dringend braucht. Was aber halt ohne Google-Dienst ist. Also ihr müsst wirklich Abstriche machen. Da wird aber auch nochmal ein weiteres Video dazu kommen. Erfahrungsbericht quasi. Wie ist es, wenn man hier Graphene OS wirklich benutzt. Lasst uns jetzt zur Installation kommen. Denn die ist ja wahrscheinlich das, weswegen ihr hier seid. Zum Setup. Ihr müsst natürlich erstmal in die Einstellungen gehen. Dazu könnt ihr, es gibt mehrere Varianten, in die Einstellungen zu kommen. Und ihr müsst runter auf Nicht-System, sondern die über das Telefon-Variante. Und dort sehr, sehr häufig auf die Bildnummer draufklicken, wie ihr es gerade gesehen habt. Dann natürlich den PIN-Code eingeben. Und dann habt ihr in den System-Entwickler-Optionen, die habt ihr jetzt freigeschalten. Das heißt, die sind jetzt neu an. Dort müssen wir zwei Sachen aktivieren. Nämlich einmal eben das OMM entsperren und einmal das USB-Debugging. Und damit können wir sozusagen unser Handy jetzt vom Rechner steuern lassen. Das ist natürlich das, was wir hierfür brauchen. Wenn wir das Handy vom Rechner steuern lassen können, dann können wir natürlich auch was anderes drauf machen. So, was wir jetzt machen ist, wir starten das Handy neu. Achtung, neu starten, nicht nur herunterfahren. Und dann drücken wir sofort, also nicht lange warten, sondern sofort die Leiser-Taste. Ähm, und das kann natürlich fehlschlagen. Falls ja, dann könnt ihr das Handy einfach nochmal neu starten, nochmal die Leiser-Taste drücken und so weiter und so fort. Und dann landet ihr im Bootloader. Das ist dieses wunderbare Teil, was wir hier gerade sehen. Was wir auch sehen können, ist, dass der Device-State locked ist. Und den müssen wir jetzt entsperren. Aber dazu gibt es bei Graphene direkt eine Installationsanweisung auf der Website. Doch bevor ihr das tatsächlich machen könnt auf der Website, müsst ihr zuerst in eurer Windows-Update-Einstellung mit verbundenem Handy, das auch schon im Bootloader drin ist, nach Updates suchen. Ansonsten könnt ihr hier tatsächlich nichts machen. Ihr findet das unter den optionalen Treiber-Updates. Findet ihr sowas wie LeMobile Other Hardware oder sowas, wie wir es gerade gesehen haben. Und dann könnt ihr ein Update machen. Ihr müsst nicht neu starten dazu, ausnahmsweise. Und dann könnt ihr auf die Website von Graphene OS gehen. Und dort wird euer Pixel angezeigt in den Installationsanleitungen. Und zwar unter Unlock Bootloader. Ganz normal, wie wir es hier gerade gesehen haben. Kurz darauf sollte euer Handy in diesen Modus wechseln, wo steht Do Not Unlock The Bootloader. Und das wollt ihr natürlich nicht. Ihr wollt ja gerade den Bootloader unlocken. Das heißt, ihr benutzt die lauter und leiser Tasten, um das hier zu aktivieren. Dabei muss euer Handy natürlich neu starten. Und dann ist es unlockt, wie wir hier sehen können. Es pausiert quasi jetzt jedes Mal, wenn es startet. Immer noch kein Graphene oder sowas drauf, aber trotzdem, es ist zumindest mal da. So, und ab hier geht es weiter mit schnellerer Geschwindigkeit. Weil, ja, da müsst ihr nicht alles sehen. Und zwar, das ist einfach nur ein Klick auf Download Release. Achtung, Handy bitte nicht trennen. Und dann müsst ihr halt da was runterladen. Das lädt sich quasi das Graphene OS runter. Und dann ganz extra schnell hier Flashing Factory Images. Das dauert ein bisschen. Da müsst ihr halt ein bisschen Geduld haben. Das wird euer Handy ein paar Mal neu starten. Es wird dieses seltsame Fastboot D auf der rechten Seite auch gestartet. Und dann wird das System geschrieben. Und währenddessen, nochmal hier die Warnung, wird alles von eurem bisherigen System gelöscht. Es wird mehrere Male neu starten. Dann wundert euch bitte nicht darüber. Aber wenn es neu startet, dann sieht das Ganze so aus. So aus. Jetzt haben wir es. Graphene OS. Ja, also wunderbar. Dann habt ihr eigentlich Graphene OS schon fertig. Hier noch ein paar kurze Worte zur Einrichtung. Ihr könnt natürlich Datum, Uhrzeit und so weiter einrichten. Ihr könnt WiFi einrichten. Das habe ich hier rausgelassen. Ihr könnt Fingerabdruck einrichten. Ihr könnt eine Displaysperre einrichten. In dem Fall 1337 als Passwort. Und nein, natürlich benutze ich das nicht. Das ist ein kleines Beispiel. Ihr könnt ein Backup verwenden. Ihr könnt auch einfach ganz normal Graphene starten. Und ihr seht, das Ganze kann man steuern mit einer 3G-Sten-Steuerung. Die kennt ihr vielleicht von manchen Systemen. Ihr habt SMS, MMS. Und hier wieder in normaler Geschwindigkeit. Ihr solltet als allererstes natürlich den F-Droid-Store herunterladen. Und das zeige ich euch einmal ganz kurz hier. Und zwar, indem ihr ganz einfach hier sagt, wir wollen nach F-Droid suchen. Also, nicht googeln in diesem Fall. Ihr seht gleich, wieso. Und zwar, weil hier standardmäßig DuckDuckGo verwendet wird. Und dann einfach auf F-Droid gehen. Dann könnt ihr F-Droid herunterladen. Dann bekommt ihr eben eine APK. Und diese APK könnt ihr speichern. Wir sehen hier auch, wie viel Speicher wir noch übrig haben. Wir kriegen hier einmal die APK. Und wir können sie öffnen. Und dann haben wir es eigentlich schon installiert. Eine APK ist, wie gesagt, eine ganz normale App. Wundert euch bitte auch nicht über den Browsernamen. Vanadium ist die Variante des Chrome-Browsers, die hier verwendet wird. Nämlich ohne Google. Also quasi Chrome-Browser ohne Google. Wäre dann sowas ähnliches wie Chromium. Aber ja, das ist nochmal eine Variante davon. Genau. Und dann habt ihr F-Droid schon installiert. Das ist euer App-Store. Und mit diesem App-Store könnt ihr selbstverständlich Apps runterladen. Das habe ich euch ja vorhin schon mal kurz gezeigt zumindest. Weil wir da natürlich solche Sachen auch brauchen. Also ich meine, ein Handy lebt davon, dass es Apps hat. Beziehungsweise ein Smartphone tut das. Genau. Und dann sehen wir hier auch, was für Apps hier gerade so verfügbar sind. OutPass ist zum Beispiel ein KeyPass-kompatibler Passwortmanager. K9-E-Mails. OpenVPN könnt ihr nehmen. Es gibt sogar eine Wikipedia-App, die ihr runterladen könnt. Aber viele Apps, wie gesagt, werdet ihr hier leider, leider nicht finden. Aber natürlich auch so Sachen wie Element könnt ihr dann eben suchen. Wie wir das jetzt hier auch gerade machen. Element. Genau. Und das ist ein Messenger. Den kann ich definitiv empfehlen. Der ist sicher. Ihr müsst ihn allerdings selbst hosten. Das ist nicht ganz so geil für die Leute, die vielleicht nicht ganz so technisch sind. Aber ich wollte dazu ja eh mal noch ein Video machen. Ja, hat sich hoffentlich niemand daran erinnert. Aber gut. So funktioniert im Endeffekt Graphene OS. Und ja, jetzt könnt ihr natürlich selbst eure Sachen soweit einrichten. Und ich werde mich an dieser Stelle hier von euch verabschieden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Graphene OS. Und ja, sagt mir Bescheid, was ihr da dran verbessern würdet. Oder sagt am besten direkt den Entwicklern Bescheid. Denn wie gesagt, das Projekt ist Open Source. Es lebt von der Community. Also ihr könnt natürlich auch Teil der Community werden. Und das ganze Ding vielleicht zu einer richtigen offiziellen Android-Alternative machen. In dem ihr da einfach aktiv dran teilhabt. In dem Fall Dankeschön für euer Engagement. Und danke, dass ihr das Video geguckt und vielleicht sogar geteilt habt. Und wir hören uns wieder auf wahrscheinlich dem Vlog-Kanal. Weil ihr dort wahrscheinlich auch viel herkommen. Und ja, bis dann. Ciao. Ciao.